Hi, ich bin Caillou. Heute gehe ich zum Arzt. Lass uns zusammenschauen, wie groß und wie schwer ich bin und wie gut ich sehen kann. Lass uns mit tollen Geräten wie dem Stethoskop spielen und eine Menge Spaß haben. Bist du bereit? Dann geht's los. Zuerst einmal schauen, wie viel ich gewachsen bin. Wow, bin ich vielleicht groß geworden seit letztem Jahr. Jetzt lass uns mich wiegen. Gut gemacht. Die Ärztin möchte, dass ich meinen Mund aufmache, damit sie hineinschauen kann. Au, so. Jetzt sag Aaaaaaah, Aaaaaaah. Gut gemacht. Bewege den Stift zu jedem Ziel, um meine Augen zu untersuchen. Großartig. Fantastisch. Du kannst das gut. Weiter so. Toll. Fast geschafft. Noch zweimal. Nur noch eines übrig. Ausgezeichnet. Jetzt lass uns schauen, ob ich die Buchstaben lesen kann. V X S Q H M Geschafft! Manche Menschen brauchen eine Brille, damit sie besser sehen können. Jetzt müssen wir mit dem Thermometer meine Körpertemperatur messen. Du musst das Thermometer unter meine Zunge halten, bis es fertig ist. Das Thermometer misst die Temperatur in meinem Körper. Ist sie zu hoch, bedeutet das, dass ich Fieber habe. Jetzt ist es Zeit, meine Ohren zu untersuchen. Das ist mein Trommelfell. Mein Trommelfell hilft mir beim Hören. Lass uns ein paar Geräusche machen, um mein Gehör zu untersuchen. Lass uns ein paar Geräusche machen, um mein Gehör zu untersuchen. Das war lustig. Das war lustig. Das war lustig. Das war lustig. ast